Willkommen Freunde, vielen Dank, dass Sie sich für uns interessieren. Wir hoffen, dass wir mit Ihrer Unterstützung ein Leuchtturm des Wissens werden können, um teilen und zu helfen. Im Laufe der Jahre haben wir viele Dinge gelernt, entdeckten Wahrheiten und Lüten, haben Verbrechen aufgedeckt und gekämpft für die Freiheit der Information. Information, das ist das, was wir bieten können. Unsere Website wird schnell zu einer Wissensquelle für alle mit Artikel, Blogs und Videos auf alle Genres und Themen. Wir laden Sie ein Teil unserer Gemeinschaft zu sein, uns zu helfen, zu wachsen und unsere Informationsbasis zu teilen und zu lehren und gelehrt werden. Gemeinsam, wie einst können wir einen Zentrum, ein strahlender Leuchtturm, von tausenden Informationen und Ressourcen erschaffen. Für weitere Informationen und um über unsere wachsende Community rufen Sie unsere Website auf. Wir sind Inanimous, wir sind viele, wir vergessen nicht, wir vergeben nicht, erwartet uns. Inanimous, wir sind Inanimous, wir sind Inanimous. Untertitelung des ZDF, 2020